Was machen die? Wo ist Konstantin? Er kommt. Wann kommt er? Er kommt. Muss kommen. Was? Was für den Teufel sagst du? Aber kann der Scheißding ruhig sein? Du musst es ruhig sein! Du musst es ruhig sein! Ich muss eine Wahl treffen. Schwer, oder? Ja. Sehr schwer. Ich mag dich. Bitte, du musst uns helfen. Wir müssen fliehen. Wir brauchen ein Auto. Das Auto von meinem Vater. Ich habe einen Brief von deiner Mutter an mich. Du wirst nicht, dass es mich gibt. Papa? Also mein Rat, mach es nicht wie es ist. Okay. Ich mach es nicht wie du. Ich mach es nicht. Ich mach es nicht. Ich mach es nicht. Ich mach es nicht. Jawohl. Ich mach es nicht. Was machst du? Bald ist Schluss? Ja. Was passiert in der Bank? Ich war nicht da. Ach ja. Die Räuber warten auf dich. Ja, sie warten auf mich. Kommt er zurück? Konstantin? Ja, Konstantin. Ja. Das glaube ich. Das glaube ich nicht. Seid ihr wirklich Musiker? Ja. Seid ihr gute Musiker? Nein, wir sind schrecklich. Darum brauchen wir auch das Publikum. Und wie heißt eure Gruppe? Die Schweinebande. Und wo bist du? Ich hol das Auto. Ach ja, richtig. Tschüss. Schuss. Guten Morgen. Baby. Und? Hast du das Auto? Ja. Das Auto steht hinter dem Haus. Du hast das Auto geklaut? Ja, ich... Du klaust das Auto aus Liebe. Kriminell aus Liebe. Du bist das Dynamit? Wo ist das Dynamit? Okay. Das werden Sie sehen. Okay. Ich ziehe es eins, zwei, drei. Und dann gehen wir. Okay. Da sagt sie es. Was sagt sie? Du natürlich nicht. Alles klar. Oh, verdammt. Eins, zwei, drei. Schnell, los. Schnell, los. Geh, Geh, Geh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020